Hosa Leute, willkommen zu einem neuen Part von Terranigma mit Medi-Level 4. Ja, letzten Part haben wir Turm 3 fertig gemacht und jetzt stehen wir gerade bei Turm 4. Und ja, gönnen wir uns doch mal den vorletzten Turm. Ich glaube, hier kommt ein Boss. Okay, ist das jetzt? Ich bin erstaunt, dich zu sehen. Die Worte werden von einem leisen Kichern begleitet. Achso, die Worte werden von einem leisen Kichern begleitet. Und jetzt? Äh, ja. Wer nicht? Alles nur Kild oder was? Ist ja nix. Ja, 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 ist ja gut. Lass mich doch mal bitte ruh. So, nein, komm, sehr. Fein. Das war jetzt so schwer. Okay. Das ist super. Jetzt muss man ja ein bisschen aufpassen. Man muss nämlich schon gut stehen, um zu balancieren. Komm, wenn man stehen bleibt, kann man runterfallen. Man muss aufpassen, wenn man da nach unten drückt, zum Beispiel. Da gibt es ab und zu mal doch mal ein paar böse Stellen, die man machen muss. So, ich mache erst mal die Ränder weg. Im Dreiländereck. Aha. Wortspiel Markus ist wieder da. Wortspiel Markus ist wieder da. Lauft ihr so schnell, ihr könnt. Es wird nicht schlimmer. Es wird nicht besser, meine ich. Ah, Level 5. Oh, Level 4 ist nicht mehr da. Ja, Kapitel 5. Stärke um 1. Glück um 1. Dein Mord wird auf die Probe gestellt. Bewähre dich. So, da wird wieder geheilt. Weil, ja, weil die heilen auch einem, diese Seelen. Ganz nett. Puh. Schöner, schöner Glückstreffer. So, hier hat bestimmt noch einer. Zwei Mal getroffen. Das kann manchmal passieren, dass man mit einer Attacke doch gleich zweimal trifft. Das ist immer wieder nice. Immer gern gesehen. So, gehen wir doch mal hier durch mit dich durch. Ich glaube, da ist nix, ne? Ne, da ist nix. Hier, da kommen wir her. Also können wir hochgehen. Alles klar. Wenn wir diese Etage für uns ergärt hat. Und können... Moment. Hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Wie geht's jetzt weiter? Irgendwas verpasst? Hö? Ach, ich glaube, ich muss doch wieder fallen. Ich glaube, ich muss doch wieder fallen. Ich glaube, mir geht's irgendwo runter. Ja, richtig. Man muss runterfallen. Arschloch! So, weg mit dir. Oh, 42. Das ist kräftig. Okay. Der hat mir nix gegeben. Jetzt möchte ich mich wieder aufpassen, wo ich runterfallen muss. Sowas mag ich halt nicht. Das ist wieder Trial and Error. Aber man weiß halt nicht, wo man reinfällt. Aber erstmal alle Gegner killen. Das ist erstmal meine Devise. So. Da oben rechts ist also auch noch ein Kristall. Ich springe jetzt mal hier runter. Hier oben rechts. Okay. Okay, dann mache ich die auch schon mit einem One-Shot weg. Wahrscheinlich bin ich richtig gelaufen, ne? Kommt, weg mit dir. Komm doch bitte wieder. Da geht's ja wieder hoch. Ich gehe doch mal kurz hier lang. Ich glaube, dann komme ich nämlich... Okay. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Rechts solltet ihr gleich der Kristall sein. Ja. Ich glaube, die kann man nur mit Spornangriffen angreifen. Diese Wächter in den Wänden. Malangriffe dürften die, glaube ich, eigentlich abwenden. So. Guck mal, was hier links ist. Nein! Na! Ha! Nein! Mist. Komm her. Okay. Ich nehme erstmal... Erstmal looten, dann töten. Ach, komm, ich wollte gerade angreifen. Okay. Ich würde trotzdem gerne noch wissen, was... ... bei den anderen Stellen ist, wo ich da runter springen kann. Von daher gehe ich jetzt nicht nochmal weiter hoch. Ich gehe wieder runter. Gucken, was da noch Feines ist. Die Zeiten müssen wir uns noch nehmen, Leute. Badaam! Doppel-Doppel-Kill! Okay, da ging es nicht weiter. Also gehen wir mal runter. Okay. Das verbindet sich also mit unten links. Ouch. Also oben rechts verbindet sich mit unten links. Das muss man sich mir schon mal merken. Und mit oben rechts. Also ich muss unten... Äh... Quatsch, oben nichts mehr. Also ich muss mal unten rechts springen. Das ist wahrscheinlich was Besonderes. Jetzt gehe ich jetzt wieder hoch. Und versuche gleich mal unten rechts zu springen. Und ändere das nichts. Dann müsste ich da rechts rauskommen. Was... Nichts ändert? Was? Nö, anscheinend tatsächlich nicht. Oder was? Ich muss doch doch... Wie komme ich denn da rechts? Ja doch, ich muss... Ich muss oben rechts runterspringen. Nur so komme ich richtig raus. Weg mit dir. Nein, dann halt nicht. Okay. Dann... Runter hier. Dann hat er doch Geld gegeben. Egal. So. Na, du gehst weg. Schein bin ich jetzt hier doch richtig. Jetzt weiß ich gar nicht, was jetzt gewesen wäre, wenn ich links gelaufen wäre nach oben. Ach, Gott. Ist mir jetzt auch tatsächlich auch egal. Diesmal ist es... Das sind nervige Gegner. Das sind super nervige Gegner. Weg mit dir. So. Weg mit dem Dreck. Okay. Soll ich jetzt einmal runterspringen? Ja, komm. Machen wir es einfach mal. Wo komme ich denn jetzt raus? Jetzt bin ich wirklich komplett verwirrt. Jetzt weiß ich gar nichts mehr. Bin ich nicht hier im Anfangsbereich? Ja, ich bin im Anfangsbereich. Super. Hätte ich mir also vollkommen sparen können. Glorreich. Aber um es doch noch mal... Das will ich doch noch gerne mal wissen. Ich spring doch noch mal hier runter. Und guck mal, wo ich rauskomme, wenn ich gleich da gleich oben links rausgehe. Ich will jetzt alles doch mal durchtesten. Sorry, das kann jetzt doch noch unnötig lange dauern. Aber ich will es wissen. Na, nehme ich doch noch mit. Geh ja jetzt nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. So. Alle Gegner, die ich noch erreichen kann, nehme ich mit. So, wo komme ich jetzt hier raus? Wenn ich hier oben gehe. Das ist jetzt die 1-Million-Dollar-Frage. Okay. Ah. Nix da. Ich will den gerade killen. Ah, Level ab. Level 6. Stärke um 7. Abwehr um 1. Das war es, oder? Nee, Glück um 1. Okay. Wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Ach. Nein, nicht unterfallen. Nicht unterfallen, nicht unterfallen. Ich nehme mal unten lang. Ausnahmsweise mal. Na, komm. Richtig. Time, weil ich guck so ist tief. Ja, genau. Der ist das Spiel ein bisschen pingelig. Da musst du ein bisschen aufpassen. Ah, war das so richtig, dass ich hier langgegangen bin. Hybialt Wunderknolle und... Oh, Hybialt Vital-X hier. Die muss man sofort nehmen. Weil die erhöhen permanent Sachen. Kapitierstack um 5. Alles klar. Wenn man die Sachen bekommt, dann hat das dauerhaften Wert. Äh... Dauerhaften Wert. Deswegen immer trinken. Sofort benutzen. Kein Grund, die aufzusparen. Die kann man sofort saufen. Okay. Gut. Jetzt darf ich gleich nochmal die kompletten... Äh... Dungeon nochmal laufen. Ist echt ein bisschen dämlich, aber... So ist es halt bei verwirrenden Dungeons. Zumindest hat es nicht den... Extremkomplexismus... Die... Die extreme Komplexität, ähm... Von, ähm... Neh, nehme ich gerade mal mit. Von Illusion of Time, weil da gab es nämlich extreme schlimme... Labyrinthe. Die ist zu bewältigen galt. Da bin ich froh, dass es hier nicht mehr so schlimm ist. Da ist das Spiel doch etwas spielerfreundlicher. Und allgemein ist es das bessere Spiel. Das deutlich bessere Spiel. Illusion of Time hat es mir damals nicht so gefallen, als es rauskam. Einfach nur wegen der Thematik, weil es war ja auch schon relativ... Ähm... Nehmen wir das... Ja... Schon sehr erwachsen, von den Themen her. Und ich mit meinen jungen Jahren... Das war mir alles noch zu ernst. Ich wollte eher Spaß haben. Da hat mir das nicht in den Sinn gepasst. Von daher... War das so ganz gut. Ähm... Dass dann nach Terranigma kam, was dann doch etwas... Ähm... Ja... Fröhlicher ist. Und nicht ganz so ein Downer ist. Okay. Merke, hier rechts ist noch ein Kristall zu holen. Dann gehen wir doch mal außen rum. Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich müssen wir den ganzen Weg außen rum laufen. Dann gehen wir doch mal. Das ist wahrscheinlich oben der Kristall, oder? Ja, okay. Gut, dass ich unten gegangen bin. Weil oben wäre... Ein Fitzelfiech, was rumblitzelt. So, bewacht. Unbewacht. Na gut. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Ich gehe doch mal kurz hier oben entlang, weil ich will wissen, was... Hier noch... Ach, hier muss ich sogar hin. Hypi! Ich habe eine Darbietung für dich vorbereitet. Ich hoffe, sie gefällt dir. Oh, Boss-Time. Obwohl, nee, das ist eigentlich... Das kann ja echt nicht, aber Boss ist eigentlich lustig. So, das ist nicht wirklich schwer. Da kann man nicht wirklich falsch machen. Dann muss ich immer die Golde rausholen und dann weghauen. Das wird natürlich immer schwer. Es ist länger, äh, schneller meine ich. Ach, komm schon jetzt. Ach, komm jetzt ist es. Ach, komm jetzt, ist es langsam hier. Na, jetzt reicht's. Na, Junge. Alter! Wie was für eine Verarsche von dem? So. So, und geschafft. Hey, hey, hey. Lass mich raus. Sag dich, da sind nur noch die Viecher, die ich töten muss. Na, komm. Das war unsere heutige Show. Vielen Dank! Okay. Okay. So. Da ich mir nicht sicher bin, ich glaube, ich gehe dann nochmal kurz zurück. Weil ich glaube, da war noch was, was ich hätte holen können auf der linken Seite. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke schon, dass da noch was gewesen ist. Deswegen gehe ich nochmal kurz zurück. Und dann wissen wir gleich mehr. Da oben nehme ich. Da oben. Da oben. Da oben. Siehste? Ui! Hübi erhält Kristallfaden. Der ist noch wichtig. Gut, dass ich ihn noch geholt habe. Das wäre scheiße gewesen, wenn ich den nicht bekommen hätte. Weil ohne den würden wir im Spiel nicht vorankommen. Ich darf gleich erstmal zur Marina gehen und dir den Kristallfaden geben. Das ist, was ich meinte. Das Spiel ist sehr, sehr pingelig mit Suchen zu niedrig. Ja, gut. Aber mein Kristallspray heilt mich ja zum Glück. Noch. Muss man sagen. Irgendwann ist Schluss mit Heilung. So. Wieder tolle Musik. Die hier leider nur auf Handbremse gut ist. Ja, ja, ja. Aber in der Zeit trinke ich nochmal kurz einen Schluck. So. Ich kann ja gerade mal drauf eingehen. Warum ich eigentlich eine Facecam habe. Weil es macht ja eigentlich wenig Sinn. Bei so einem SNES Spiel. Weil das ist wenig scary. Da sind Reaktionen nicht so wichtig. Aber es ist halt ein 4 zu 3 Bild. Und ich muss irgendwie den Platz stopfen. Also habe ich mir gedacht. Okay, nimmst du doch einfach nochmal. Mit der Kamera auf ist halt ein bisschen mehr Aufwand. Aber scheiß drauf. So viel ist es auch nicht. So. Und hier ist übrigens Nordamerika. Oh, hey. Nordamerika ist da. Ah, das habe ich damals Gänsehaut bekommen. Und die bekomme ich tatsächlich gerade auch. Ha, schön. Also, das ist zeitlos. In meinen Augen. Ja, klar. Wenn man mit den heutigen Spielen aufwächst. Die natürlich sehr, sehr hohe Grafikstandards haben. Dann ist das ja ein Witz. Das ist pixellig gerendert. Aber trotzdem. Das hat trotzdem noch nach wie vor seinen Effekt. Was mir dazu einfällt. Wenn der Planet sich wirklich so schnell dreht. Dass die Sterne wirklich so merklich sich drehen. Dann dreht sich die Erde ganz, ganz schön schnell. Ich glaube, da würde die Menschheit nicht überleben. Bei der Geschwindigkeit. Wie dann quasi sich die Erde dreht. Weil ich glaube, das erhöht dann auch die Gravitation. Wenn ich, wenn ich, wenn ich ganz richtig bin. Wie schnell die Erdumdrehung, das so stärker die Gravitation, oder? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich denke, ich denke mal ja. So, Nordamerika kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Willkommen Indianer. Willkommen zurück. Aber noch sind sie ja nicht da. Bisher befüllen wir die Oberwelt nur mit Kontinenten. Noch herrscht da kein einziges Leben. Okay. Noch ein Turm. Und der befindet sich hier rechts. Da ist er. Der letzte Turm. Mit einem ersten richtigen Boss. Aber zu dem müssen wir erstmal kommen. Vor allem vor Ablauf der Zeit. Ich habe noch 10 Minuten Zeit. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Bin ich ganz ehrlich. Wahrscheinlich müsste er kurz beim Boss halten. Und dann kommt der Cliffhanger. Oh, er start. Zack. Und sofort ausgeschmissen. Das heißt, ich kann hier noch nicht rein. Dann müssen wir jetzt nochmal zuerst nach Hause gehen. Und Merina den Faden geben. Das ist nämlich das, was ich meinte. Den habe ich mich tatsächlich eben nochmal vergessen. Obwohl ich ihn noch genannt hatte. Oh. Hier kann ich übrigens reingehen. Das bringt mir aber noch nichts, glaube ich. Wenn ich hier reingehe. Ich gehe mal kurz hinten durch. Ja, lass mich kurz. Alter. Das sind nämlich so kleine Zwischenlevel. Da kann man noch kleine Nebenkontinente mit eröffnen. Nur, ich glaube, das geht erst, wenn man den fünften Turm auch fertig macht. Wenn ich mich nicht ganz irre. Mach die gerade mal alle weg. Weil ich stürme mich doch gerade irgendwie. Na. Kommen Sie raus. Ich sehe dich nicht. Jetzt komm. Da oben kommt er raus. Alles klar. So, der Typ ist immer noch da. Da platzt er. Okay, darf ich jetzt natürlich alle so töten? Ah. Da konnte ich nicht mehr ausweichen. Da konnte ich nicht mehr ausweichen. Das ging nicht mehr. So. Und? Jetzt ist nicht die richtige Zeit. Komm wieder, wenn alle fünf Kontinente befreit sind. Das meinte ich. Ähm. Da darf ich nochmal zurückkehren. Warum das so gemacht ist, weiß ich auch nicht. Weil im Grunde gibt es keinen speziellen Grund, warum das so ist. Man könnte die aber eigentlich jetzt auch schon, äh, betreten und eigentlich öffnen, die Tore. Um halt neben Kontinente zu öffnen, wie, glaube ich, Mu. Das ist quasi, ähm, eine Art Atlantis. Ein, äh, ein versunkter Kontinent. In der Legende natürlich. Aber naja, gut. So. Dann gehen wir mal zur Marina. Und überbringen wir mal den Kristallspeer. Gehen wir mal mit dir? Ich finde mich irgendwie seltsam. Ja, gut. Haben wir schon gemacht. Okay. Hallo, Marina. Dieser Faden. Er ist wundervoll. Er ist... Es ist ein Kristallfaden. Kann ich ihn haben? Ich werde ihn in diese Weste einweben. Ich bin sicher, dass sich dies kräftigen und stützen wird. Ich werde morgen früh damit fertig werden. Hypi, du siehst müde aus. Geh nach Hause und ruhe dich aus. Es reimt sich sogar. Besuch mich dann morgen wieder. Kann ich nicht bei dir übernachten, Baby? Komm. Okay. Das sah gerade ein bisschen pervers aus. War auch so gemeint. Okay. Gut, ab nach Hause. Schlafen wir mal eine Runde. Kann ja auch nicht schaden. Okay. Gehen wir mal zum Ältesten vorbei. Mal gucken, was er noch zu sagen hat. Wahrscheinlich nicht viel. Nee. Ja, aber... Ah, kann mich sogar heilen. Ob das... Aber... Ob das nötig gewesen ist, das weiß ich nicht. Ja, ah, dankeschön. So. Ich will gerade nochmal mit diesem Typen reden, weil ich glaube, dir einfach was zu erzählen. Seltsam, dass der Weise nicht wütend ist, obwohl die Tür offen steht. Als ob er wollte, dass man sie öffnet. Hm, das ist eine wichtige Aussage. Als ob er wollte, dass wir sie öffnen. Mhm. Wie ich hörte, bist du gestern wieder ausgerastet. Du hast die Hühner... Warte, das ist doch ganz alt. Das ist doch ganz alt. Was geschieht hier nur? Hey, Hübi! Wir öffnen die Tür. Doch dann! Naja. Ich habe das komische Gefühl, dass die Zeit stehen blieb. Einsprach der Weise. Die Kristalle im Nebel sind die Tränen der Oberwelt. Was er damit wohl meinte. Tja. Okay. Ab ihn spät, Junge. Ich glaube, das kriegen wir jetzt sogar einen Albtraum, kann das sein? Ja. Oh ne, wir haben einfach nur schlecht geschlafen. Na. Der Boden ist hart. Echt? Hätte ich nicht gedacht. Ah, was zum... War das Bett auch schon vorher da? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Mädchen ist weg. Ich glaube sogar, das heizt sogar wirklich Sachen, wenn man hier was isst. Gut. Der Beise? Ist der am Pennen? Das gibt es, Hübi. Okay, nix. Gut. Ja, wir dürfen jetzt zum Marina gehen. Die ist nämlich die ganze Nacht Abend für uns am Weben. Das war auch ein kleiner Gänsebrautmoment, den ich fand. Sondern in der Nacht, dieser, diesen Vogelgesitscher, oder ist das eher, ist das eher, so nennt man das, äh, Grillenzirpen. Grillenzirpen ist wohl, ja, ja. Und sie stickt und stickt und stickt. Ihr Kötter, erhört mich, ihr Mächtigen. Ich flehe euch ein, schützt Hübi vor Verletzungen. Hübi? Und bitte, bringt ihn bald wieder zurück. Ja, diese Musik. Was ist los? Kannst du nicht schlafen? Deine Weste ist fast fertig. Morgen hast du sie. Hübi, ruh dich etwas aus. Ich hoffe, du wirst mich nicht verlassen, wenn diese Weste fertig ist. Hübi! Das wirst du doch nicht tun, oder? Tja. Tja. Ich mache immer keine falschen Versprechungen. Ich habe das Gefühl, dass unsere Welt nicht die einzige ist. Es muss da draußen mehr geben. Viel mehr. Ich verstehe. Hübi, du bist anders als die übelgen Leute aus des Dorfes. Vergiss nie, dass ich immer bei dir bin, egal wo du auch bist. Vergiss das bitte nie. Du hast noch etwas Zeit. Ruh dich aus, bevor du gehst. Komm morgen früh wieder. Ich werde dich erwarten. Du hast noch etwas Zeit. Du hast noch etwas Zeit. Ruh dich aus. Tja. Dimm, 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 dimm. Ja, diese Musik ist schon speziell. Man muss sie einfach mögen. Gut, legen wir uns hin und holen uns einfach dann unsere, glaube ich, unsere Kristallbeste ab. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine Kristallbeste ist oder nicht. Ich kann gerade mal sagen, dass ich dieses Spiel sehr oft durchgespielt habe. Das war für mich immer ein Evergreen. Immer, wenn ich mal Lust hatte. Alle paar Jahre. Nicht alle paar Jahre, aber... ...mehrmals habe ich so türkisch verhält. Und das ist sehr, sehr gerne. Sehr, 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 sehr gerne. Das ist wirklich ein tolles Spiel. Hallo, Hübi. Kannst du mir mal kochen helfen? Nein. Ich gebe dir gar nichts mehr. Du olle, olle Zippe. Ich möchte den Kristallnil sehen. Doch man sagte mir, dass mich denn der Blitz trifft. Okay. Kannst du es gerne mal ausprobieren, Freundchen. Bedauerts. Okay. Jetzt kommt eine wichtige Stelle. Ah, ne, die kommt später. Na, Hübi, hast du gut geschlafen? Hier, nimm dies. Die Weste ist robust und widerstandsfähig. Beim Weben betete ich, dass dir nichts passiert. Sie wird dir gute Dienste leisten. Trage sie, wenn du in Gefahr bist. Hübi erhält die Titaniumweste. Titaniumweste sieht schäbig aus. Ich bin ganz ehrlich. Sei vorsichtig. Ich werde für dich beten. Sei vorsichtig. Ja, das ist auch eine wahre Freundin, die für einen stickt. Okay. Dann ziehen wir doch das gute Ding nochmal an. Ist auf den wichtigen Plätzen. Titaniumweste plus drei. Ja, natürlich nehme ich das. Ausgerüstet. So. Rosé. Und. Tja. Tatsächlich. Ist es schon wirklich Zeit, den Part zu beenden? Ich glaube, ja. Ich habe ja den vierten Turm gemacht, ne? Den kompletten vierten Turm. Und den fünften Turm konnte ich nicht wirklich groß machen. Na gut, dann sparen wir uns den kompletten fünften Turm für den nächsten Part auf. Aber ich gehe schon mal zumindest hinein. Ach, dieser Soundtrack ist so toll. So toll. So. Jeder mit dir, Hübi. Das Schicksal der Welt steht auf deinen Schultern. Erstarrt. Und da erscheint er wieder. Ping. Titaniumweste hat dich bewahrt. Genauso ist es. Aber, wie gesagt, an der Stelle will ich jetzt diesen Part beenden. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn es wieder heißt, Terranigma mit WDR4. Tschüss. Tschüss.